Nicht überall, wo Anlieger frei draufsteht, fahren auch wirklich nur Anlieger durch. Wir alle kennen Schleichwege und Abkürzungen. Wer ist denn aber eigentlich ein Anlieger und wer darf hier fahren? Das klären wir jetzt im Video. Mein Name ist Ellen Stamer und ich bin ADAC-Club-Juristin. Wenn es euch ein Anliegen ist, mehr zum Thema rund um die Mobilität zu erfahren, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und ihr verpasst in Zukunft keines unserer Videos mehr. Jetzt aber zu unseren Anliegern. Ein Anlieger-frei-Zusatzzeichen, das steht in der Regel in Kombination mit einem solchen Durchfahrtverbotszeichen. Damit ist Fahrzeugen aller Art die Ein- und Durchfahrt verboten. Eine Ausnahme wird durch das Zusatzzeichen aber gegeben für Anlieger. Was aber genau ein Anlieger sein soll, das sagt das Gesetz leider nicht. Man könnte ja jetzt meinen, Anlieger ist jeder Verkehrsteilnehmer, der ein Anliegen hat. Also zum Beispiel jemand, der die Straße befahren möchte, um eben eine Abkürzung zu nehmen. Das ist aber tatsächlich nicht gemeint. Der Begriff Anlieger, der bezieht sich auf das Anliegen der Grundstücke an dieser gekennzeichneten Straße. Alle Personen, die in dieser Straße wohnen, egal ob als Eigenschimmer oder als Mieter, sind also Anlieger. Anlieger ist aber auch derjenige, der eine solche Person, die in der Straße wohnt, also deren Grundstück dort anliegt, besuchen möchte. Der Besuch kann dabei privat veranlasst sein, also zum Beispiel, wenn ihr Verwandte oder Bekannte treffen möchtet, aber auch beruflich sein, wenn zum Beispiel ein Lieferdienst, ein Postbote oder ein Handwerker zu einer solchen Person hinfährt. Auch der Besuch eines Grundstücks, das an dieser Straße anliegt, reicht aus, um als Anlieger zu gelten. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Schrebergarten, zu dem ihr wollt, an dieser Straße anliegt. Während der Dauer eures Besuchs, egal ob einer Person oder bei einem Grundstück, dürft ihr in der Straße natürlich auch parken. Wenn aber der Besuch beendet ist, dann müsst ihr das Auto auch wieder wegfahren. Wer weiterhin parkt, riskiert ein Verwarnungsgeld. Es ist auch verboten, durch diese Straße einfach nur durchzufahren, um eben eine Abkürzung zum Beispiel zu nehmen. Mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, das spielt für die Regelung keine Rolle. Sowohl mit Auto als auch mit Fahrrad gelten diese Regelungen. Manchmal sieht man statt des Schildes Anlieger frei auch das Schild Anwohner frei. Trotz dieses feinen sprachlichen Unterschiedes soll nach einem Beschluss des Bayerischen Oberlandesgerichts hier keine unterschiedliche Regelung gelten. Das heißt, auch bei dem Schild Anwohner frei dürfen nicht nur Anwohner einfahren, sondern alle, die als Anlieger zählen. Euer Schleichweg, der kann so richtig teuer werden. Denn im Fall von einer Kontrolle müsst ihr beweisen, dass ihr auch tatsächlich Anlieger seid. Ihr könnt also entweder den Namen der Person nennen, die ihr besuchen wollt, oder den Grund für euren Besuch in dieser Straße angeben. Wer unberechtigt mit dem Auto in dieser Straße fährt, dem droht ein Verwarngeld von 55 Euro. Mit dem Fahrrad sind es immerhin noch 25 Euro. Und wer unerlaubt in der Straße parkt, der muss mit 30 Euro Verwarngeld rechnen. Wusstet ihr doch jetzt auch, dass Parken auf Privatparkplätzen so richtig teuer werden kann? Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut in unsere anderen Videos. Ich wünsche euch eine knöllchenfreie Zeit. Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt!